Hallo, ich bin Malik, Trainer bei Swisscom Academy. Herzlich willkommen im Lernvideo Android Phone Modul 2. In diesem Kurs lernt ihr, wie man das Foto aufnimmt und es auch wieder löschen kann. Wie man das Foto versenden kann und wie es der Unterschied zwischen WLAN und mobilen Daten ist. Wie man sich mit WLAN verbinden kann und zum Schluss wie man die App installieren und deinstallieren kann. Starten wir mit dem ersten Thema. Wie kann ich ein Foto aufnehmen? Am Smartphone gibt es zwei Kameras. Eine auf der Rückseite des Geräts und eine auf der Vorderseite. Wie man ein Foto aufnehmen kann, zeige ich euch jetzt. Für das öffnet ihr als erstes die Kamera-App. Dann einfach auf die Objektzeile und unter der Mitte habt ihr den Auslöser. Wenn ihr ein Selfie machen möchtet, also das Bild von euch, müsst ihr unten rechts auf ein Selfie-Symbol tippen. Dann hier vielleicht noch wichtig zu sagen, dass ihr es auf Augenhöhe macht und dann einfach unten in der Mitte wieder auf den Auslöser drücken. Wir haben auch hier verschiedene Symbole. Unten seht ihr z.B. ein Video, ein Foto oder einen selektiven Fokus. Und wenn ihr die Lichtverhältnisse vielleicht verbessert wollt, habt ihr oben auch noch den Blitz, den man anwählen kann. Im nächsten Schritt zeige ich euch, wie ihr das Foto anschauen könnt und auch wieder löschen. Wir bleiben in der Kamera-App. Unten links seht ihr eure Fotogalerie mit allen Fotos auf eurem Smartphone. Mit diesem Tipp könnt ihr das letzte Foto sehen. Wenn es euch nicht gefällt, könnt ihr das entfernen, indem ihr unten rechts auf den Papierkorb tippt. Und dann in den Papierkorb und somit ist es gelöscht. Jetzt zeige ich euch, wie ihr ein Foto versenden könnt. Ihr öffnet die Galerie-App. Dann wählt ihr das gewünschte Foto aus. Hier unten tippt ihr auf das Symbol, um das Foto zu teilen. Hier zeigt es euch viele Möglichkeiten an, wie man das Foto teilen kann. Wir wählen das Teilen über Nachrichten aus. Hier wählt ihr den Kontakt aus, an wen ihr das Foto versenden wollt. Ihr könnt auch mehrere Kontakte auswählen. Wenn alle Kontakte ausgewählt sind, könnt ihr hier mit Fertig bestätigen. Hier könnt ihr nur eine Nachricht dazu verfassen. Und mit diesem Tipp hier drauf schickt ihr die Nachricht ab. Jetzt habt ihr gesehen, wie man das Foto macht, das Foto löst und auch versenden kann. Im nächsten Schritt schauen wir zusammen an, was der Unterschied zwischen mobilen Daten und WLAN ist. Und wenn ihr ein Foto euch versenden wollt, müsst ihr mit dem Internet verbunden sein. Und darum schauen wir jetzt an, wie es die mobilen Daten überhaupt sind. Ihr müsst euch vorstellen, mobile Daten ist, wenn ihr in der Schweiz verschiedene Antennen habt, wo eure Geräte eigentlich damit verbunden sind und dann habt ihr mobile Daten von eurem Anbieter. Von dieser Verbindung gibt es ganz verschiedene Generationen. Es gibt zum Beispiel Edge, 3G, 4G und die neueste Generation ist das 5G. Die mobilen Daten sind kostenpflichtig und hängen vom Abonnement ab. Es gibt noch andere Möglichkeiten, Smartphones mit dem Internet zu verbinden, und zwar mit dem WLAN. Das WLAN erkennt ihr an diesem Symbol. WLAN hat es oft an öffentlichen Orten und in der Regel ist das kostenlos. Und sonst habt ihr auch zu Hause, je nachdem das WLAN. Ich zeige euch jetzt, wie ihr euch mit dem WLAN verbindet könnt. Als erstes öffnen wir das Einstellungs-App. Dann auf Verbindungen type. Und auf WLAN. Hier sehen wir jetzt alle verfügbaren Netzwerke. Jetzt könnt ihr das gewünschte WLAN auswählen. und das Passwort eingeben. Dann auf Verbindungen type. Und jetzt sehen wir hier unter Academy steht verbunden. Dann wisst ihr, dass ihr mit dem WLAN verbunden seid. Da ihr jetzt mit dem Internet verbunden seid, habt ihr auch die Möglichkeit Apps runterladen können. App heisst Application, ist auf Englisch und heisst Anwendung oder Programm. Ihr müsst euch vorstellen, auf eurem Gerät hat es ganz viele verschiedene Applikationen. Und zwar sind viele schon vorinstalliert, wie z.B. die Telefon-App oder die Einstellungs-App. Aber ihr habt dort die Möglichkeit noch ganz viele weitere Apps auf euer Gerät zu laden. Damit ihr das aber machen könnt, braucht ihr ein Google-Konto. Ich zeige euch jetzt, wo ihr nachschauen könnt, ob ihr ein Google-Konto bereits habt. Ihr müsst auf den Play Store gehen. Bei mir ist der unten rechts. Und dann sieht man oben rechts eine Kürze. Wenn ich dort drauf type, sieht man dann mein Google-Konto. Falls ihr noch kein Google-Konto habt, schaut doch unser Video auf unserem YouTube-Kanal an. Ich zeige euch jetzt, wie ihr eine App installieren könnt. Jetzt können wir eine App abladen. Dafür type ihr oben in der Mitte auf einen weissen Balken. Dort seht ihr eine Lupe. Dann suchen wir nach dem gewünschten App. Wenn wir es gefunden haben, anwählen und dann auf Installieren type. Wenn wir jetzt aus dem Play Store gehen, sehen wir, dass die App hier abgeladen ist. Wenn ihr eine App nicht mehr braucht, könnt ihr das natürlich auch löschen. Um es zu löschen, müsst ihr einfach mit dem Finger lang auf dem App typen, bis eine Sprechblase kommt. Und dann seht ihr dann einen Menüpunkt installieren. Einfach dort drauf typen, bestätigen und dann ist eine App gelöscht. Es gibt Apps, die aber auch kostenpflichtig sind. Der Betrag steht aber immer im Play Store beim betreffenden App und ist in der Regel einmalig. Und sonst würde es stehen, dass es ein monatlicher Betrag wäre. Ihr habt hier verschiedene Zahlungsmöglichkeiten, die ihr auswählen könnt. Also zum Beispiel die Handyrechnung. Es geht aber nur über Swisscom und bei Sunrise. Über die Kreditkarte. Oder über sogenannte Google Play Karten. Die müsst ihr dann den Code eingeben. Jetzt sind wir am Ende des Kurses angekommen. Wir haben zusammen angeschaut, dass die Grundlagen vor der Kamera sind. Wie ihr ein Foto versenden könnt. Wie es der Unterschied zwischen WLAN und mobilen Daten ist. Und wie ihr die App herunterladen oder installieren könnt. Schaut auf unserer Website noch weitere Lernvideos an. Oder meldet euch doch gut für einen Kurs an. Ich wünsche euch viel Spass beim Ausprobieren. Ich wünsche euch das, was derれischste Interview. Ich wünsche euch das Wasser. Ich wünsche euch das Wasser und die Räumen nach. Ich wünsche euch das Wasser. Vielen Dank.